Musik Honert Mietservice, ein junges, aufstrebendes Unternehmen in Haltern am See. Musik Unsere Lkw-Arbeitsbühnen sind das ideale Hilfsmittel für zahlreiche Arbeiten an Gebäuden und im Garten. Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Die TÜV-geprüften Fahrzeuge und Arbeitsbühnen stehen Ihnen in unterschiedlichen Größen für Arbeiten in Höhen bis zu 30 Metern zur Verfügung. Baumfällung und Pflege, Maler- oder Dachdeckearbeiten, Dachlinnenreinigungen und Fassadensäuberung, Austausch von Leuchtmitteln, Anbringung oder Wartung von Fassadenwerbungen sind nur einige Beispiele für die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Arbeitsbühnen. Die Bedienung der Steiger ist einfach, eine kurze Einweisung genügt. Für Arbeiten bis 22 Meter Höhe empfehlen wir unseren kleinen Hubsteiger. Musik Mit den großen Hubsteigern erreichen Sie Arbeitshöhen bis zu 30 Metern. Musik Darüber hinaus verfügen wir über eine ganze Palette weiterer Fahrzeuge und Geräte für den Einsatz am Bau. Für Erdarbeiten vermieten wir Minibagger und Hoflader. Auch kleinere Flächen können damit problemlos bearbeitet werden. Musik Für Pflasterarbeiten stehen Ihnen unsere Grabenstampfer und Rüttelplatten zur Verfügung. Auch ein Abbruchhammer, ein Holzhäcksler und verschiedene Anhänger stehen zur Anbietung bereit. Musik Wir erwarten Sie an unserer neuen Vermietstation an der Brinkwiese in Haltern am See. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020